Verdammte Scheiße, was wenn sie es merken? Nein, wir haben es nicht gesehen. Die rechnen nicht mit dem. 4, 8, 13, 25.000, 38, das gibt, das heißt, ich habe es genommen. Also eigentlich habe ich es ja geklaut. 11,25 Millionen. Verdammte Scheiße, nein. Mit dem Haus in der Schweiz sind es 3,275,16 Millionen. Und es würde gehen. Wenn alles gut läuft, bin ich in einer Stunde raus. Da hat es einer gesehen. Da hat es einer gesehen. Scheiße, da hat es einer gesehen. Nein. Verdammte Scheiße, was wenn sie es rausfinden? Und was, wenn sie es merken? Alles wird gut. Alles wird gut. Hey! Was? Bankbrot. Keine Bock mehr. Warum hast du eigentlich immer so viel Geld? Du bescheissest doch. Es ist immer dasselbe.